fast ja na sicher willst du mich verarschen aus mit danke aris was mich gerecht wenigstens eine sinnvolle aktion hier ich bin echt sauer gerade auf mich weil ich nichts weiß meine lieben freunde hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gepflichten runde let's play counter strike global offensive mit dabei der gute maske hallo hallo und marschall ist auch mit an bord dann haben wir noch zwei wendys weil wir mussten jetzt wirklich ganz schnell eine aufnahme beginnen damit ich die gleich noch fertig machen kann die kommt heute zu spät raus weil maske und ich wo waren wir mr auf dem mera luna ja mann das ist richtig geil richtig freshes open air festival wetter extremst kacka gewesen und es war trotzdem geil wir spielen ein match making wir spielen ein matchmaking auf der map das 2 mit den wendys wenn wir wahrscheinlich derbe verkacken hat ihm äh i go a long wir starten als cd unterschied enable 0 nein ja wir sollten uns möglichst darauf beschränkt nicht ganz so oft wo es zu benutzen weil das dann doppelt gehört wird in der aufnahme obwohl wartet ich muss ganz einfach ich mute euch einfach hier ach na sitzt der med noch hey du weißt doch den haben schon am ersten tag wieder zurückgegeben du weißt du was auf mera luna ist das bleibt auf mera luna ja wow die schmutzigen details deinerseits heben wir uns auf fürs 100 abonnenten special also drückt die abo box freunde zack zack er hat kurz einer was im voicemail sagen hello hello test 12 12 ok dann ich habe mich schon die ganze zeit warum ich nichts höre so und jetzt hello ah danke thank you musik ausleihen ok was kaufen konzentriere dich lieber aufs spiel ja ich wollte gerade sagen also auf so einen mist ewig nicht mehr gezockt und ich hoffe dass die aufnahme jetzt funktioniert weil wir hatten schon mal jetzt aufnahmen und die wollten nicht fang long oder ja da war vielleicht maybe a split ja a split hat er nicht gemerkt ich lass gerade die no skill tüte wieder rumreichen hier scheiße eine waffe 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 in die länder oder und sie wollen alter was hat denn der für eine bohrmaschine im hintern ja hat irgendwie wie jeder russer also jeder typ der aus russland kommt ich weiß nicht keine ahnung also wenn ich irgendeine verbindung oder rauschendes mikrofon oder sowas einer kommt weniger geld für wodka ausgeben mehr für ein mikrofon schön maske sehr gut sehr gut alter sehr gut jetzt können wir ja endlich kaufen da ich da will nicht wer die laufen ja die ganze zeit auf lang die fiktlöche das wohnen die gehen deswegen gehe ich jetzt ganz gewohnt auf meinen spot so ich hoffe dass die jetzt unachtsam auf b drauf rennen die waren alle irgendwie im tunnel unterwegs ja du rindvieh du dämlicher wusste haben wir geswatcht What do you say guys? Go away! Oh... Das ist halt ihr! Idiot! Haha, aber jetzt geht es ja schön über was du hast! Ja! Haben wir! Nur mit dem Unterschied, dass du wenigstens auch noch getroffen hast! Ja! Hallo, ich war so nett zu dir, ne? Du brauchst mich nicht über den Haufen ballern, ja? Tut mir leid! Ja! Ähm, das ist wahrscheinlich doch weh! Ja! Was ist das denn?! Warum musst du dir vergeben sein? Du long! Haha! Warum muss ich dir vergeben sein? Das war so unfair! Wer? Mit meiner M4 sogar noch! Das ist eine Schande! Wen meinst du gerade? Mich! Nein! Mit dem vergeben gerade! Ja, Niki! Ja, gut, ne? Ist halt so! Es war so unfair! Grüße an dieser Stelle sind raus, Niki! Falls du das sehen solltest, wie wir hier gerade ein bisschen am abkacken sind! Hi, Niki! Also keiner ist bei dem T-Sporn! Selbst so'n... Ich glaube im... Uppertunnel? Ne, Uppertunnel ist safe! Uppertunnel ist mit Sicherheit nicht safe! Achso! Du stehst, Lower Tunnel! Ey! Ich kack' heute echt im Strahl, Mann! Was ist denn hier los?! Ich hab auch noch kack' Das ist auch mal ein geiler Spruch! Ich kack' im Strahl, ey! Jetzt mal ernsthaft! Ich habe gestern, wenn's hochkommt, zwei Bier getrunken und ich habe jetzt gerade kein Skill! Oh, Picken! Wow! Lower Tunnel! Ach, jetzt ist Strauß unneu oder was?! Ja, hat er Pech! Der Russe, der hat aber auch ein Glück, du! Hm. Ist irgendwie immer der letzte Abgeschneid. Ja, Junge, du hast'n Scoop! Ja! Ah! Ah! Mehr Glück als Verstand! Echt! Ich habe keinen einzigen Kill gezeigt! Ich hab' noch nicht meinen jämmerlichen Assist, Alter! Was ist denn hier los heute bei mir?! Da krieg' ich dezent Plack! Als ob ich das hier zum ersten Mal machen würde, ey! Mann, was rennt denn die vor?! Bomb Along Doors! Be careful! Aber ich habe nen Kill gezeigt! Danke! danke was das ist bei der Kauberg ein Fotzentroll Fertig Fertig wenn die zu verabschieden er dabei die alle hier auf A rumhocken Fertig ein Fotzentroll ich glaube mit solchen Sprüchen können wir es was ich habe sogar die höchste Zielgenauigkeit wie schlecht wart ihr ich war schon schön ja ich war in gedeckter Stamm her damit her damit danke 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 wenn man nichts reißt P90 reist immer da kann man nicht viel verkehrt machen da könnte ich meinen Kater mit dran setzen ja dann passt das heute Video wieder ohne Facecam aus dem Einfachgrund ich sehe immer noch ganz schön Fertig von gestern aus rein 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 Maske du bist ja gut ne ich bin blau das war ich ok danke ja geschehen super geil du bist blau ja ne das warst du Freitag mein Freund ich bin grün man dort wahrscheinlich es lebt nur noch einer bleibt locker Frage ist jetzt nur wo der plantet nicht doch es ist doch nur noch der eine lass mich reiß ich dir die Eier ab soll ich irgendwas safen? gibt's überhaupt was? ne 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 doch umgehe gg idiot team easy ak kannte besser ne das war was egal ich habe nur ein Kill gezeigt was? Facepalm? ja für den sein Team nicht für unsers ach jo das wird ein Short pass auf oben ist einer die warten zu dritt da oben ok ins B bomby upper tunnel three guys with bomb maske faster gut check me komm P90 reiß das wer da jetzt Mitte alter stand wer ist noch schon lange unspot man lower tunnel one man achso P90 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 mhm mhm ah upper lower tunnel one upper upper lower tunnel denke ich try to save save the war ob ich habe hier müde den schangwort auch gut rasiert aber ich würde da nicht so rumhüpfen wie der das gerade macht ja besonders ich habe gerade was klicken hören und zwar rechts tors es ist ja kamen mit mt 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 gesundheit mt 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 und hatten anfallen und Prozent musste er einfach die ganze Zeit ließen Berührung alles gut hier ist schon wieder sexist ich denke aber weil ich habe schon wieder gesagt bleibt ich hab nicht so jetzt ich dachte es ist anfallender Prozent Prozent der Zerner abnäht wird was Prozent und alle mit auch noch 90 94 reißt das jetzt ja ich bin auch gerade nicht auf meiner position fällt mir mal gerade so auf macht nix könnt ihr lutscher auch mal kommen ja dann musst du sagen dass es alles ja ist richtig ist richtig alles klar warum dreht er sich bei einer fläschlich weg der lappen bombe kommt b übrigens habe ich den eindruck tja netter versuch die smoke kenne ich auch das war dann nicht da muss noch einer sein genau mit der aber nämlich ach tatsache nur dass es nicht lauer tunnel sondern upper tunnel ist du voll vor sei es sind noch mehr leute wieso dann haben die minimum dann zwei jahre oder nicht ja ok also also auch hier mit ich habe nur eine gesehen auf jeden fall das problem ist dass keiner von euch gerade auf die mitte achtet zu recht ok bombe ich hatte jetzt noch unbedingt die aber erledigen ja das gibt es so auf den strich bei dieser russen die sind so killgeil ich sollte langsam auch mal anfangen killgeil zu werden ein kill ein ist es sie dass das ist so eine perfekte kd das ist ich stehe ich habe es noch entschuldigt ich kann mich nicht entsinnen weil ich das letzte mal so schlecht war das hätte er locker geschafft nein zwei leute die ja das geschnallt da ist wie er steht aber ich würde die aber so nicht halten genau die sieht man nämlich er sagt doch russen wird dann zum scheißen hey die sind zum atmen sind die naja zumindest in csgo so was kauf ich wie son weil ich habe mir jetzt eine geile bison gezogen dies war genau derselbe äh äh skill wie meine an wie meine andere diese nukleare äh ebay und die hat jetzt sogar stat-track ja äh upper tunnel ist clear die kommen auf A oh ich bin zu doof hier raufzuspielen ey fick doch ey die henne älter fast er ja na sicher willst du mich verarschen los ey mit scout danke Ares du hast mich gerecht wenigstens eine sinnvolle aktion hier ich bin echt sauer gerade auf mich weil ich nichts reiße immer noch drei von denen ja fragst du wo die müssen ja irgendwo auf long sein oder nicht weiß nicht wahrscheinlich äh äh changen die äh äh changen die ich bin vor zum fick alter weil ich verstehe nicht warum ihr eigentlich alle bombe ist lang bombe ist lang bombe ist eh long last guy oh shit ich bin echt mal offen hier äh zu rushen wir sind schließlich city ja aber was willst du machen bis die kommen ne bringt ja nix ich kann mich auf äh unsere mates überhaupt nicht einspielen null weil die erst das machen dann das dann das das bringt uns dann auch nicht so viel in der theorie hast du recht aber praxis wird hier ein bisschen gerücht Ares willst du deine AUG haben? ne nimm ruhig alles cool von mit danke teammate bei wem ist das jetzt? bitte alter leute blue go check short halt die fresse ja one lower tunnel meet, meet, middle, two middle nein, mein reden sie englisch ja, meet to be oh short, 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 short oh Gott oh ja, na klar oh, ich muss mal mein shit überziehen was willst du mir erzählen hier, du pisser? so, ich brauche nen drop ich auch gut oh man ey ja, hab ich halt nichts will ne, ich weiß kann ich nicht mehr droppen alles gut ich musste mir jetzt erstmal die shirt überziehen und mir ist doch echt frisch und mir ist kalt an den unglaublich das war irgendwie absehbar oh Gott was für deine du bist wie soll es geil und auch grün die ist grün ja, grün niki feiert auch grün extremst ab es ist nur noch einer am leben jetzt bleibt doch mal ja ich habe ihn ja nicht erwischt ich wollte ihn loskopen aber arschlecken ja auf kurze distanz bräuchte das go benutzen das ist nichts das weiß sogar ich der überhaupt nicht mit nahrung gehen kann ich hab nahrung gedroppt bekommen ja ist doch geil das ist doch bei t-base kriegt erstmal was auf die schnauze wenn er mich nicht zuvor tötet ich drücke die daumen als ob er jetzt auch nicht da ist dcp sollen sie doch mal wir sind in position aber full flash grün man sieht dichter ja ist doch fickt mein arschloch ohne witz das war ja so schlecht wir haben sowas von keinem werden unglaublich kaum spielt man mal eine woche nicht irgendwie die die Kindergarten Junge als ob der in Hit gedrückt äh er hat er ja hast wahrscheinlich noch sein großen CR-Wisch oder so bitte kurz lasse ich dir was verpasst schön das war geil nur solltest du jetzt die position lexeln weil gleich kommen alle drop mir AWP please nein komm Tamara bringt Glück das war ganz Fine um SO T-Rägel jetzt sag euch das hier wieder die AWP da keine Ahnung hab nichts gesehen deixar sorg alles gut spawn box bomb lauer tunnel Lower Tunnel to mid-bomb Ah, scheiße Gott, steppt und schon Smoke Alles klar Bombe in mid-bomb One block, low hp Zero, zero, one zero, low hp Jaaa Bombe, Bombe smith Oh, miss Ich töte den Pisser, echt, ich töte den Mixer Yes, B Oh Der last Bions bot Das ist gar nicht so schlecht Mit der Farmaskade gewesen auf die Wage Ja Wenn er jetzt denkt, dass der Typ Short kommt Du bist so lächerlich Ja, er wird auf jeden Fall jetzt die Bombe da planten, ne? Ja Ja Ja, kein Wunder Du bist ein Trottel Jo, alles klar Willst du mich verarschen? Und dann noch kein Wunder Jaaaa Alter, das ist doch jetzt nicht so ernst, ey Ui Der denkt sich wohl Trotzdem bist du ein Trottel Jaaaa Hübscher Skin Auf dem Meraluna hätte er mit dem Skin auf jeden Fall Fans Das muss man ihm lassen Auf jeden Fall Wieso? Aber ich finde meine auch extrem sexy Meine P90 Oh, lehlelele Leider sind Waffen auf Mera nicht erlaubt Hehehe Tunnel Ey, Tunnel Danke für die Flash, du Lappen Willst du mich verarschen, Junge? Jaaaa Komm, hör mir doch auf zu pranzen, du Nigga Schadebomb Jo Bommenschapp Oh, ey, langsam werde ich echt zum Rassisten hier Was? 79 in 5 1 Orb Upper mid Very low HP Fuck 1-0 AVP 0 AVP 1-0 Ahja Genau da kam von hinten einer Genau da kam So, letzte Runde der ersten Hälfte nicht sparsam sein, meine Herren Ja gut Ich hab gar kein Geld Können voll lachen I need a drop Purple, please Deine Ernst Ja, dann fick dich doch ins Knie, du Lappen Was ein Hundernsohn Can I drop? Wieso hat er jetzt noch getroppt? Nö Was? Ach so Ey Ey A.K.A. On lower tunnel Mit Mit Da kommt er wahrscheinlich jetzt hoch Was? 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 Schön Schön Ein Schuss Ein Schuss Und er killt einen Ist klar Er hackt doch der Pisser Gut Aber jetzt sind wir am drücker eigentlich einigermaßen ausgeglichen Es hätte schlimmer sein können Ja Meines Erachtens ist es eh ne T-Map Also müssen wir jetzt zeigen Spreu und Weizen hier A-Split Two guys short, three guys long Thank you Da wird nicht diskutiert Kauft euch Kevlar Weste bitte Wenn möglich Gut Das waren nämlich 250 kills mit der Pistole Keine Ahnung aber herzlichen Glückwunsch Thank you Die Flash war nice Wo ist der hin? Einer down Oh One plant Für uns bot Ja na klar Sicher Ares Du Neu Last guy Aon spot Nee Ah Oh Scheiße Fuck Ja komm Na Oh Das ist jetzt hier Bäumchen wechseln Alter komm Last guy low White side One minute Was? Will der mich eraschen? Ich hab dem noch gesagt White side Ist das so schwer? Ey Bitte Ey Er hätte es holen können Der Typ war lau Ich hab den so ordentlich gehittet Ey das war ein anderer Ne das war der Why you don't say side? Kaufen? Ne I have said He said one side Right side Was gehohr du facken troll du dämischer Hurensohn Shut up Ach Bombe Hat er eine Waffe? Nö Hol die Bombe Ran 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 ich stehe hier los komm legt das ding damit da kommt genau einer es ist doch zum kotzen nur solche arschficker hier weißt du was wir vorsbein auch gut ich gehe über short glaube ich dann verfolge ich dich laufen schon alle easy weil nicht clever leute wenn das so weiter geht wenn das so weiter geht verkacken wir es ja bombe ist auf a jetzt mehr oder weniger jetzt geht er wieder zurück meine statistik leider bisher haben wir auch vor Ort oder wir haben die verlor der war auch pass auf der war short der hüpfte da oben rum hast gesehen gut also verdammt schade ja hätte die fresse du tägliche russer alter ja ich weiß gar nicht wie es heißt die war schon fast da fast da fast da einer von euch beiden lauer tunnel abschnecken ich habe keinen bock dass wir wieder von unten genutzt werden ich stehe nicht so auf popo piksen oder was gemacht halt abp oben window gut abp down ja wongle lauer mit komm schon explodieren nicht du bombe wirklich jetzt alter was mache ich denn hier aber wir haben die runde na endlich auch meine mvp-wertung läuft doch ja bitte war irgendwie ein bisschen extrem die geste gerade ja das hoffe ich doch wer hat die smoke geworfen ne dieser ega war das was ein lappen so sicher die rückseite ich sehe von hier aber auch keinen ne ja alter ist klar junge alter heckt doch dieser spaste ich kann go down on spot pass auf die da sind zwei an was marshal versucht ihr die bombe zu holen also auf b waren wir effektiver ich habe mir jetzt noch mal probieren ich habe kein geld mach jetzt diegel ump ich scheiße jetzt auf schutz holen das bock und gehe über lauer b ok wenn das jetzt auch nicht klappt dann weiß ich auch nicht weiter ich glaube dann verkacken wir komplett das game ja genau wartet noch alle schön im tunnel ja verkackt also warum ist wer ist da noch mit auch maske du bist auch hinter mir her gerannt oder was nein ja wer flossen bauen ich finde es einfach nicht schwer dass man sich aufregt ich habe jetzt schon wieder pols von 390 oh was da kam noch einer zwei kills mit der diegel ja dafür verdient man respekt diegel hat es nicht gerissen diegel hat es nicht gerissen diegel hat es nicht gerissen ich weiß jetzt gar nicht ob man die wendys überhaupt richtig in der aufnahme hört guck mal ab da ey ich habe so keinen aim gerade das ist schuldige freunde aber das ist ja klar wieder dieser jude alter alter übertreibt man nicht so ja ne langsam reicht es mir mit dem wichser ey ja ich muss den scheiß aber gleich hochladen alter deswegen übertreibt bitte nicht so ja ja das haben wir auch verloren ja eindeutig wenn uns jetzt nicht ganz hart dicke kochones wachsen dann 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 war es das ja wir stehen geil für b ich hoffe die sehen das genauso nein natürlich nicht maske hier über lowers follow me gut du bist aber auf short scorder ja weil ich lieber auf short abfangen will und haben die auf b haaah mitte zwei leute wer da wichser einer noch mit da oben schön ist die b ist klar wie hier ja natürlich ist da noch einer alter ist klar nicht aufregen keep calm and eat banana fuck ha 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 one tonnets oh der hat auch im like a fuckwurst ey dieser papu fucker der weiß ich nicht der hat ich finde den anderen schlimmer hier diesen heavy ja der hat uns gerade beleidigt easy ja kurva den marsch ist pole also kein russe wer der alles osteuropäer der gerade kurva gesagt hat blablabla aber das ist mir scheißegal soll uns zu beleidigen da scheiß ich ehrlich gesagt relativ drauf was für du ja nicht und als morgens lila war es war ich habe noch sechs ap leute ich bin am am was hast du für eine waffe ich es gehe ja aber das wird mir mit 6 ap nix nutzen wo war der typ bitte ich bin am arsch war klar als die flash gekommen ist und ich zu spät realisiert habe war mir klar das war es noch mal ist das bitter hier das ist ja mach rest ne supp shutt shut the fuck up man and say hello to youtube schön hast du eine nate liebe freunde heute hatte ich eben like gebockwurst ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen beim nächsten mal wird es natürlich besser wenn euch diese anmerkung ich habe nichts gegen juden oder andere religion das ist mir nur so ausgerutscht alles gut wenn euch diese folge gefallen hat lasst uns durch die däumchen nach oben wissen unten rechts könnt ihr auf die ente klicken um eine abo ente zu werden oben links findet ihr mein gta 5 stuff und unter links findet ihr let's play wir bedanken uns recht herzlich für eure aufmerksamkeit und sagen und noch einen wunderschönen tag